Betheser Game Studios präsentiert Zwei Männer auf einer Kutsche Nein, natürlich nicht Sondern The Elder Scrolls 4 Skyrim Und ich muss jetzt die Klappe halten Wegen dem Dialog Hey, ihr da Endlich seid ihr wach Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Ihr seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten Genau wie wir Und wie dieser Dieb da drüben Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein Im Himmelsrand Und meine Framerate ist auch im Eimer Was ist das mit meiner Framerate, Mann? Ich hoffe, die kommt gleich wieder an meine Framerate Weil jetzt ist das ein bisschen kacke gerade Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel Ulf Ritz Der Jahre von den Fällen Ihr seid der Anführer der Rebellion Aber wenn sie ihn geflangen haben Bei den Göttern Wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden Aber Sorgengarde erwartet uns Nein Das kann nicht wahr sein Das kann einfach nicht wahr sein Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferde-Dieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines noch in seinem Zuhause kämpfen sollen. Oh, ich komme aus Hohenstatt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Scharf. Ach, Sibela, Künaret, Arkadosh, ihr Göttchen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Gottverdammt, meine Framerate, Mann. Alter, komm mir nicht sagen, du Psychopath, Alter. Das ist Helge. Er ist ein Psychopath. Dieser Blick, unglaublich angsteinflößend. Mehr oder weniger. Framerate, wo bist du, verdammt? Boah, nee. Verdammte Framerate. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmantel, Jarol von Winter. Es war eine Ehre, Jarol Ulfric. Verdammte Framerate, Leute, ich sag's euch. Die kotzt mich grad so derbs an. Sieht ihr? Man muss nur ein bisschen rummeckern, dann funktioniert's. Boah, voll ins Bein geschossen und er stirbt. Natürlich, logisch. So, und damit jetzt offiziell herzlich willkommen zu meinem ersten LP von Skyrim. Oder allgemein mein erstes Let's Play. Das ganze Spiel ist nicht blind, ich weiß. Aber das Spiel ist einfach so cool. Ich werde alles machen in dem Spiel. Ich werde immer noch Mods installieren. Ich hab schon ein paar installiert. Aber ich werde in dem Spiel jede Nebenquest alles machen. Die Hauptmission, alles was geht. Und ja, welche Rasse ich nehmen will, das hab ich mir schon ganz genau ausgesucht. Und entweder ich nehm den Argonia, dieses Reptilienwesen, oder ein Khajiit. Aber ich glaube, Khajiit Argonia, Khajiit Argonia. Ich nehm ein... Ich nehm ein Khajiit. Weil die können im Dunkeln sehen. Das ist sehr geil, wie ich finde. Okay. Geschlecht bleibt männlich. Hautfarbe. Nö. Hautfarbe lassen wir mal. Hm. Machen wir in schwarz? Komm, armeln wir mal die Vorgaben hier. Der sieht ja voll eklig aus und krank und... Oh, ne. Hm. Der hier hat was. Doch der hat was. Diese Katze hier. Miau, miau, miau. Okay. Was können wir hier noch einstellen? Gesicht. Gesichtsfarbe. Ach komm. Ich mein, da können wir ja eh nix falsch machen. Deshalb. Augen, hallo, kommt Augen. Nehmen wir einfach die Augen hier. Scheißegal. Komm, das reicht. Wir müssen uns ja nicht stundenlang mit der Charaktererstellung auseinandersetzen. Den nenne ich... Sim... 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 Bo... Bi... Bo... Bi... Bo... 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 Nie. Simbo... Bi... Bo... Bi... Bi... Ne, das ist ein dummer Name. Ich nenne ihn. Ich nenne ihn. Hm. Ich nenne ihn. Hm. Verdammt. Ich nenne ihn. Wie soll ich ihn nennen? Ich nenne ihn Gustav. Ne. Ich nenne ihn... Ähm... Müller. Er heißt Müller. Unsere Katze Müller. So. Ist egal. Einfach angefangen jetzt hier. Weil ich... Hab keine... Hallo? Müller? Müller. Ja. Müller. Er soll Müller heißen. Müller. Hä? Dann nennen wir ihn... Nicht Müller, Mann. Dann nennen wir ihn... Hubert. Hubert. Anscheinend wird das Ü nicht übernommen. Er ist in der Karavanen, Kajid. Euresgleichen scheint den Ärger ja förmlich zu suchen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Das ist ganz schön gemein. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Aidsweier zurückgebracht werden. Das ist sehr freundlich. Folgt dem Hauptmann Gefangener. Natürlich. Ist ja noch mein Tod. Da folge ich ihr gerne. Ulfric Sturmantel. Manche hier in Helden nennen euch einen Held. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen. Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Babuschka. Das war Babuschka, die zum Essen gerufen hat. Gebt ihnen ihre Sterbe, Sakramente. Möge der Segen der Achgöttlichen auch euch wohnen. Oh mein Gott. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Vielen Dank, du. Du Typ, du. Und er freut sich auch noch. Er lacht voll, oder? Lacht er? Jetzt wird er lachen. Lacht er? Ich weiß das gerade gar nicht. So kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, ob der lacht. Babuschka. Aber gleich gibt es noch leckeren Eintopf von Babuschka. Hm, diese blöde Tusse da. Und er, der Henker. Mit seinem, mit seinem ekeligen Auge, Mann. Tja, der Optiker kann ihm wohl auch nicht weiterhelfen. Da kommt Babuschka. Und? Scheiße, Leute, ich habe noch eine Rechnung mit dir offen. Oh mein Gott, nein. Oh, 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 nicht gut. Oh, scheiße. Das ist natürlich jetzt gar nicht so schön. Oh. Babuschka, die rennen nicht so durch. Die waren doch nur 10 Euro, Mann. Ja, okay. 10 Euro plus einen halben Döner. Aber gleich deswegen abzugehen. Ja, dann renn, Mann. Oh, boah. Hier fallen, hier knallen Asteroiden auf den Boden. Ja, Mann. Was ist das für ein Ding? Kannst du die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Ja, Mann. Da hast du recht. Legenden brennen keine Dörfer nieder. Ja, Mann. Ich gehe doch schon rauf hier. Wow. Boah, der hat den voll weggekickt. Wow. Holy shit. Hier sind Töpfe, Mann. Wir brauchen aber keine Töpfe. Töpfe sind uns jetzt egal. Es waren nur 10 Euro. Und du drehst doch durch, Babuschka. Was soll das denn? Wow, Babuschka. Sie ist am übertreiben. Natürlich, Mann. Äh, Gunnar. Boah. Gunnar. Gunnar war auch beim falschen Optiker. Mensch, Mensch, Mensch. Was haben die denn in Skyrim für Optiker? Das ist ja schon nicht mehr schön. Wow. Wow. Iiiiih, Alter. Du musst dir mal die Fingernägel schneiden. Ey, Babuschka. Boah, Babuschka kriegt hier... Boah, Babuschka wird voll mit Pfeilen beschossen, Mann. Hm. Wow, wow, what the... What the... Oh, ha, Mann. Sie hat uns... Ich... Ähm... Lol. Achso, er lebt noch. Der Arme. Er fliegt noch immer auf uns zu. Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott. Äh, die Kiref in der Loch. Was ist das? Du meinst doch nicht den... den Bohneneintopf. Scheiße, mit wem soll ich gehen? Ich geh mit... Ich geh mit... Ich geh mit... Ich geh mit... Ich geh mit ihm hier, Mann. Ha. Ha. Ja, das haben wir gerade noch so geschafft, ey. Meine Güte. Und es lädt. Es lädt. Es lädt. Komm, lad ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Lad doch schneller. Schneller, 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 schneller. Warum lädt es denn so lange? Hallo. Mann, Alter. Ey, das ist nicht mehr schön. Lade doch. Also, er nicht. Es lädt zum Einschlafen. Ja, hallo. 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 Guck, guck. Ja, was ist das denn? Wow, wow, wow. Hallo, mach doch mal was hier. Endlich. Ey. Ey, ganz ehrlich. Ich beschwere mich bei deinem Vorgesetzten. Wegen den Ladezeiten, ja? Er sieht... Er sieht... Er ist auch so eine Tschabracke, ey. Na, bitte. Sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese... Gegen diese... F... 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 Fucking... Fucking... Verbrennungen finde, oder was? Hab ich mich verbrannt? Ich hab mich verbrannt, man. Oh, da sind wir. Wir sind... Eine coole Katze. Mio, 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 sind wir. Oh, geiserliche. Okay, das habe ich jetzt mal. Alles ja eingesackt, meine Güte. Hallo? Okay. Schlüsselbekleidung. Ein... Ein Fußlappen, ey. Baah. Fußlappen. Wir wollen keinen Fußlappen. Hm, wir haben ein Schwert. Und ein Fußlappen. Hm. Grob... Grob gewebte Tunika. Das schmeißen wir mal weg, das. Nein, ich hab's angezogen. Ich bin so ein Trottel. Ich wollte es wegschmeißen, verdammt. Und dann hab ich's wieder angezogen. Mann, Mann, Mann. Eisenschwert. Oh, ich hab zwei. Den kann ich auch beide ausrüsten. Wie war das noch? So, ja, genau. Jetzt hab ich beide ausgerüstet. Und ich wollte den Lappen hier fallen lassen. Er. Nein. Oh mein Gott. Eine Katze in einer Unterhose. Eine Katze auf zwei Beinen. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Mach auf die Tür. Da sagst du was, Mann. Genau so seh ich's nämlich auch. Hm, vielleicht finden wir hier noch was drin. Mal gucken. Uh, da sieht aus, das ist wieder lecker. Nee, ist da was drin? Doch, da ist da was drin. Komm da raus. Nö, da war doch nix. Da war doch nix drin. Ich dachte, da wär was drin. Hm. Da sind wir hier, Mann. Ja. Streit doch nicht so, Junge. Die stehen da direkt auf der anderen Seite. Bist du bescheuert oder so? Anscheinend ist er ganz schön bescheuert, Mann. Oh Gott. Das kann man nicht friedlich lösen hier. Oh Mann, ey. Und jetzt, komm schon. Komm schon. Hallo. Oh, nee. Oh. Okay. Das war ein brutaler Tod. Ja komm, mach auf die Tür. Los, mach auf die Tür. Hm. Oh. Wir haben hier Kohl. Den können wir gleich mal mitnehmen. Seit tausend Jahren. Das ist ja... Dann erlebe ich ja hier wirklich Geschichte mit. Je nachdem, wie alt ein Konjit fährt, ne? Oder weiß man ja nicht. Hm, hm, hm. Warum wächst hier unten? Wie kann hier unten bitte... Wie können hier unten Pflanzen wachsen? Das ist richtig logisch. Ich meine, das Licht... Wow. Da sagst du aber was, Mann. Vielleicht ist er oben... Hm. Egal. Wow. Hör auf, mein Typ hier anzugreifen, du. Du, du, du. Komm alle, du. Komm her, du. Oh. Zack, 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 zack. Ausdauer niedrig. Dadurch kannst du nicht mehr sprinten und auch keine mächtigen Angriffe mehr durchführen. Trinke einen Trank, oder? Ach so. Oh, scheiße. Ich hätte runterscrollen können. Egal. Komm schon. Oh. Ii. Oh, Mann. Er macht dir alles allein und sogar Hatva, oder wie er hieß. Ne, das war ja gar nicht Hatva. Doch, es war Hatva. Hm. Zaubertränke. Wein. Noch ein Zaubertrank. Sehr gut. Hm. Eine Holzschale? Nein. Ich esse eigentlich nur Frohlich und... Ne. Frohlich ist ja eine Hundemarke. Ich esse eigentlich nur... Kitty Cat. Weil das ist... Das schmeckt mir am besten als Katze. So, so, so. Das sind hier Eier. Die muss ich hier ganz vorsichtig rausnehmen. Ganz vorsichtig. Ich will nicht den Kopf verschmeißen. Hand ihn mal von dem Kopf und dann nehme ich die Eier mal an. Oh. Gut. Hier, lecker Kaninchen. Hm. Hühnerfrikassee. Aus Kaninchen. Sehr logisch. Wie komme ich auf so einen Scheiß? Egal. Ja, ganz offensichtlich. Sonst würde ich nicht neben dir stehen, mein Freund. Hallo, hallo. Mhm, mhm, mhm. Freiheit oder Tod? Wow. Alter, er sprüht ja mit Blitzen rum. Ha, ha, ha. Drei auf... Ne, da konnte ich leider nicht mit drauf gehen. Das ist feige. So viele gegen einen. Und guckt euch diesen Fritzen hier an. Ich bin ein wenig aufgebracht, über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Ah. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift hell. Ja. Ein Drache? Bitte. Ja. Was soll ich zu diesem Typen hier sagen? Er sieht einfach nur alt und gebrechlich aus, Mann. Aber sein Körper, muskulös wie was, weiß ich nicht. Gucken wir uns mal einen Arm von ihm an. Oder? Ihr habt mir nichts... Nö, er hat auch alte Arme. Schade. Hm. Ich soll da jetzt bestimmt das ganze Zeug rausnehmen. Das wird ihm auch gleich sagen. Möchte ich aber nicht. Das möchte ich aber nicht. Ah, jetzt nehme ich mal das Buch hier mit. Den Eisendolch. Was ist hier mit dem Tunis da drin? Oh, vier Dietriche. Ach komm. Kann ich das ja mal eben hier aufmachen? Zack, zack. Oh. Okay. Nein. So. Ich hab da schon was gemacht. Hm. So. Was ist hier passiert? Hm. Man weiß es nicht. Ich möchte es auch eigentlich gar nicht wissen. Ob hier wohl noch ein paar Gefangene drin sind? Nö. Schade. Vielleicht hätte ich ja einen Gefangene dann freilassen können. Und ihn dann mit... Oder versklaven können. Soldat der Sturmmäntel. Skelett. Komischer Typie. Ja, wie was? Frag ich mich auch. Boah, Entschuldigung, Leute. Mann, Mann, Mann. Hier entlang, ja. Hallo, hallo. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausdruck? Tja, das wissen wir leider nicht, wo das Reich des Vergessens ist. Oh, oh. Sturmmäntel. Okay. Sie ist tot. Komm her, du. Das war schon alles. Hallo. Komm schon. Er blockt hier ab wie so ein... Was weiß ich nicht. Er ist... Meine Güte. Was kratzt mein Hals jetzt gerade so, ey? Ich muss doch gleich immer einen Schluck trinken, ey. Boah, das geht gar nicht klar. Hallo, was ist mit meinen Kollegen? Warum helfen die mir denn nicht? Sind die bescheuert? Ey, die schießen da mit Pfeilen. Komm her, du. Immer voll auf die Nuss. Auf die Nüsse. Zack. Und meine Ausdauer schon wieder verschwunden. Naja. Ich schaue gegen ein Schild und er stirbt. Ey. Boah. Ey. Okay, das war übel. Das war wirklich übel. Oh mein Gott, ich habe... Ich habe einen Pfeil gerade durch den Hals stecken gehabt. Habt ihr das gesehen? Aber Katzen macht das nichts. Katzen können ja auch aus 10 Metern... Aus einer Höhe von 10 Metern springen. Also schaffen sie das auch locker. Und was ist mit meiner Framerate schon wieder los? Okay, die geht schon wieder hoch. Meine Güte. Kommst du jetzt? Hallo? Mensch. Er lässt sich hier ewig Zeit, der Typ hier. Unser... Hat war... Wir hatten doch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Tja, da kannst du... Da sagst du was. Wir gehen besser weiter. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Tja, also Wurzeln schlagen wollte ich ja auch nicht, mein Freund. Immerhin möchte ich hier in die freie Welt und nicht hier eingepfercht in einer dunklen, stickigen Höhle, wo... Was weiß ich für Viecher drin lauern. Aber hier ein schöner Wasserfall. Wenigstens hätten wir hier genug zu trinken. Aber... Ach, brauchen die überhaupt Katzen Sonnenlicht? Ich weiß es nicht. Aber Huttweil wird hier irgendwann sterben. Er wird... Er wird an Untersonnung sterben oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie an sowas wird er bestimmt abkacken, wenn er hier sein Leben verbringen würde. Oh mein... Mh, lecker Spinnen. Spinnenbein. Oh nein. Ach, die sind ja einfach zu besiegen. Ih, Mann, die sind ja eklig, Alter. Ja, guck mal, dieser... Er kommt immer mit seinem Bogen an. Ist er denn bescheuert? Ich kämpfe gegen die ekligsten Spinnen. Baaah. Natürlich, Riesenschlangen, Außerirdische... Wer weiß, was hier alles lauert. Das kann man nicht genau sagen. Ich nehme mir erstmal eine schöne Dusche nach dem ganzen Spinnen hier. Brauche ich zum Beispiel erstmal eine kleine Erfrischung. Und will die ganze Spinnenscheiße abmachen, die ich hier angesammelt habe. Hm. Das macht nichts. Die Hornwaffe. Die Hornwaffe machen um. Warum denn? Die tut doch nichts. Komm her, du Bären. Siehst, zack, zack, zack. Bam. Der war gut. Sprichst du ein bisschen, bitte ein bisschen lauter. Bist du mich hier total leise. Mann, Mann, Mann. So, so, so. Ach, hier haben wir schon Licht. Das ist schon sehr schön. Schon mal sehr schön. So. Zack, 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 zack. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es nicht der Ausgang ist. Mein Freund. Das ist schon mal recht. Ich bin super nie wszyscy. Das ist ganz schön. Vielen Dank.